Es hätte schlimmer kommen können, so haben viele deutsche Fans hier auf die Gruppenauslosung für das deutsche Team reagiert. Was sagt denn die Bundeskanzlerin dazu? Ich würde sagen, es... Ich würde... Ja, es ist... Ich hatte ein Ab, das wir jederzeit können. So, das war aber relativ kurz und abrupt, also machen wir am besten schnell mal weiter mit...